Wäre es nicht jetzt gut, ein Fernglas dabei zu haben? Mein Lifehack für dich. Wenn du draußen bist, dann nimm dir auf jeden Fall ein Fernglas mit. Ich habe noch einen Bonustipp für dich. Wenn dir das zu schwer ist mit dem Fernglas, dann nimm dir so ein kleines Monokular mit. Damit siehst du auch besser als mit bloßem Auge. Lifehack, Fernglas oder Monokular mitnehmen. Das ist ein kleines Monokular mitnehmen.